Heute erzähle ich einen Witz. Der evangelische Pfarrer vertritt den katholischen Priester bei der Beichte. Und da kommt ein Mann und beichtet, dass er Analverkehr hatte. Der evangelische Pfarrer weiß gar nicht, was er tun soll, aber zum Glück kommen ein Rudel Messdiener vorbei. Und die fragt er dann, was gibt denn euer Pfarrer eigentlich für Analverkehr? Da sagen die Messdiener, naja, Manns Niggers und Mann Maas. Der war schon mal besser. Wenn ihr jetzt hier lang klickt, kommt ihr zu Onkel Bernis Butze mit dem fränkischsten aller Franken, dem Bembeshahn-Gemoll. Und wenn ihr jetzt hier lang klickt, dann kommt ihr zur aktuellen Folge Onkel Bernis Butze mit Christoph Krachten, dem Mediakraft-Chef. Ja, und hier oben, da kann man abonnieren. Das sollte man auch tun. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.